Ahoi ihr Landraten! Heute kapbern wir ein Schiff. Also ran an die Segel! Schottendicht, bevor ich euch Kilo holen lasse, ihr Leichtmatrosen! Perfekt! Läuf! Du fährst schon los? Bist du geistig? Okay! Los Kirokopter, ab geht's! Bin hier mal gespannt. So schnell kommst du gar nicht hin! Doch doch, kommst du. Ne, hab die Leiter verpasst. Und zwar beide. Kilo! Nice! Krinatin! Jiga, das Ding ist fast as fuck! Waaah! 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 Ach, da oben ist einer. Ach, da oben war mal einer. Ja, der Unterschied ist zwischen uns, du Arschgesicht, dass ich eine Snipe hab. Oha, da will einer. Warte, ich demonstriere. Komm. Gut. Hier ist eine Kiste. Ist nur Schmuh drin. So, eben kurz. Hast du ihn erwischt? Ja. Okay. Ich geh hier unten, ich geh die untere Ebene. Junge, warum hat so ein Typ zwei Spitzhacken dabei, Digga? Was will der damit? Abwerfen, oder? Naja. Alter, das ist ja alles... Oh, lol. Kleines Stück. Vorrücken, vorrücken. Leute, die haben hier einfach zwei von den Bananendingern. Ah, hier ist übrigens das Rettungsboot, ne? Hinten. Ja, hab ich schon gesehen. Da müssen wir nachher runter, weil das Schiff sonst einfach mit ist. Ich hör jemanden, ich hör jemanden. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hallo? 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 Was war mit dir? Gute Nacht. Oh, lol. Jetzt hab ich mich gerade so ein bisschen verirrt. Ah ja, hier da. Ja. Getroffen. Ich bin unten im Maschinenraum. Mach einfach. Äh, Entschuldigung. Dann sieht der Aufmerksamkeit aus. Jo. Upe, du, zwar mal Licht. Ja, Upe, klar. Upe, nicht. Hier ist ne Kiste. Und wir sind komplett an der falschen Seite. Okay, egal. Ey, was für die falschen Seite? Bye, bye. Hä? Wir sind doch vorne, oder nicht? Einfach im Wasser. So, ja, kaum fünf Stunden gelaufen. Ein provisorisches Floß, Alter. Oh! It's not placeable in this area. Ja, kannst du mir sagen, warum das Schiff jetzt? Okay. Ei. Pause. Hahaha. A-ha-ha. Wo ist denn der Rias? A-ha-ha. Hallo. Hellas. Ja, siehst aber ganz schick aus in deinem Anzug, du. Stehe ich bei dir oder sitze ich? Ich stehe, ne? Du bist. Naja. Willst du auch mal fahren? Nein. Ich muss mich auch mal ausruhen. Da kannst du nichts falsch machen mit. Ah ja, ich kann mich komplett umgucken. Ich kann meinen Hals um 1000 Grad drehen. Hui. Gibt es ja noch einen Turbo oder so? Gibt es ja auch noch einen Noss oder so? Das wäre richtig geil. Haben wir noch nicht eingebaut, aber das wäre eine Maßnahme. Du hast recht. So muss auch mal ganz schön mal gefahren werden. Oh, du steuerst das Lenkrad durch Geisterhand. Sein Ernst? Oh mein, ey. Naja, du hast deinen Führerschein ja noch nicht. Ich sei dir verziehen. Oh, danke. Sorry, auf der Karte habe ich leider die Sandbänke hier nicht gesehen. Also das tut mir jetzt wirklich... Moment mal. Ich kriege dich die Ehre genommen, diesen Idioten, ey. Jetzt haut er ab, oder? Nass und kalt, sagt er mir. Perfektes Klima. Wied aber auch wieder. Ballert du! Kleinen Kackfritte. Vor uns. Achtung, Granate! Alarm ausgelöst. Nein, ich habe zu tief gezielt. Ey, Schnauze da draußen! Junge, er ist genau in dem Moment, wo ich schieße, sagt, sinkt er. Da wird er mich verarschen. Die laufen noch für dich am Nehmen von euch. Ja, mit Sicherheit wieder alle Ebenen belegt, alter. Ist das obere Deck sauber, ja, ne? Ja. Na, warte. Dich hole ich ein. Ich sag mal so, die Sichtverhältnisse... Könnten besser sein. Ab geht die wilde Fahrt. Einmal dabei sein, haben wir frei sein. Die nächste war gedrückt. Wier jetzt, wier jetzt, wier jetzt, wier jetzt. Ich muss da, glaube ich, was vom Himmel runterholen. Oh, das war ja, das war ja eine Bilderbuchlandung, war das. Schnauze. Bis zum nächsten Mal.